Liebe E-Bike Enthusiasten, wir sind hier bei Bavarian Finest E-Bikes in der Nähe vom Ammersee und wir haben uns heute zwei Räder von der Marke Nox geholt. Die Marke Nox gibt es seit 2004 und seit 2016 haben die sich auf E-Bikes spezialisiert und die sind aus Berlin und hergestellt werden die Räder aber in Österreich im Tillertal. Und zwar haben wir heute das All Mountain, das Hybrid All Mountain 5.9 und zwar haben wir die zwei Versionen, wir haben einmal die Comp-Ausstattung und einmal die Expert-Ausstattung und dann gibt es noch eine teurere Version, das ist dann die Pro-Ausstattung. Genau und die Comp-Ausstattung haben wir in der Farbe Desert, das ist erkenntlich warum und dann haben wir einmal hier die Hunter Farbe in grün und die Räder unterscheiden sich ein bisschen in ihrer Ausstattung, haben aber beide ein volles E-Bike System von Brose, also Akku und Motor und Bedienelemente und man kann dazu auch noch eine App dazu herunterladen und dann hat man alle Informationen zum Rad. Wir haben an allen drei Ausstattungsvarianten den gleichen Motor und zwar ist es der Brose Drive S, der hat 90 Newtonmeter, was einiges an Power ist und außerdem haben wir den Wechsel-Akku hier, der hat 630 Wattstunden, da hat man auch gut Reichweite für längere Touren. Wir haben auch an allen drei Ausstattungsvarianten den gleichen Display und zwar haben wir den Brose Drive Allround Display, da haben wir natürlich wieder alle möglichen Fahrinformationen und außerdem haben wir hier die verschiedenen Modi und natürlich haben wir auch wieder die bergauf Schiebe-Unterstützung, da kann man hier unten bedienen, außerdem kann man hier sich die Informationen eben abrufen. Beim Hybrid All Mountain 5.9 von Nox haben wir einen Hauptunterschied zwischen den Ausstattungslinien und zwar haben wir beim Comp und beim Expert jeweils ein Fahrwerk von RockShox und bei der Pro-Linie, also der teuersten, haben wir dann ein komplettes Fox-Fahrwerk. Federweg haben wir 160 Millimeter und bei der Comp-Version haben wir hier eine RockShox-Fahrwerk, 35 und bei der Expert-Version haben wir dann eine RockShox Lyric und die Dämpfer sind auch beide von RockShox, einmal Super Deluxe Select und einmal Super Deluxe Select Plus. Genau und dann weitere Unterschiede sind im Cockpit zu erkennen, da haben wir unterschiedliche Vorbauten und Lenker. So, am Cockpit der Comp-Version haben wir Lenker und Vorbau von Reverse und dann eine Magura MT5 Bremse und das Schaltwerk ist ein SRAM NX. Am Comp-Fahrrad haben wir vorne und hinten 203 Millimeter Scheiben und außerdem 12 Ritzel am SRAM NX Schaltwerk und dann haben wir hier noch an der Kettenstrebe einen schönen Schutz, der das Ganze schön leise halten sollte, wenn man dann durch den Wald knallt und außerdem vorne natürlich einfach und eine Kurbel von FSA. Und wir haben ja vorne und hinten 29 Zoll Räder von DT Swiss in der 1900er Version und natürlich aus Alu. Und ja, wir haben noch Continental Trail King Reifen in der Breite 2,4 vorne und hinten. In der Expert Ausführung haben wir Vorbau und Lenker von Race Face Modell Turbine. Die Bremse ist die gleiche wie am Comp-Modell, die Magura MT5. Und ja, das Schaltwerk ist hier das SRAM GX anstatt dem SRAM NX. Außerdem haben wir am Expert hier noch die Bedienung für die Dropper Post und das ist eine Rockshox Reverb Stealth. Und zwar bei L und XL Rahmen haben wir da einen Hub von 175 Millimeter und bei den kleineren Rahmen haben wir dann 150 Millimeter. Die drei Ausstattungsvarianten Comp, Expert und Pro unterscheiden sich natürlich im Preis. Wir haben beim Comp einen Preis von 5.499 Euro und beim Expert dann 6.299 Euro. Und das Pro mit dem Fox Fahrwerk wäre dann bei 7.799 Euro. Und ja, zu meinem Fazit. Ja, ich würde sagen, die Bikes von NOX sind auf jeden Fall eine gute Alternative zu den Platzhirschen von einem jüngeren Hersteller. Und ja, solide gebaut, halten ordentlich was aus, aber man kann halt durch die 630 Wattstunden auch mal längere Touren bergauf fahren. Und ja, machen einen guten Eindruck. Das war's von uns zum Hybrid All Mountain 5.9 von NOX. Wenn ihr weitere Fragen habt, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten abonniert doch unseren Kanal, lasst ein Like da, klickt auf die Glocke, dann verpasst ihr keine zukünftigen Videos. Und dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. 2-Jazy 4-Jazy ja Untertitelung des ZDF für funk, 2017